In der Softwareentwicklung ist es hier allgemein üblich, die Software zu strukturieren, indem man den Programmcode in funktionale Einheiten gliedert. In prozeduralen Programmiersprachen wie zum Beispiel C sind das Funktionen, in objektorientierten Programmiersprachen sind das auch Klassen. Und auch bei der SPS-Programmierung nach der IEC 61131 ist auch eine solche Gliederung in funktionale Einheiten vorgesehen. Und diese Einheiten heißen hier Programmorganisationseinheiten. Davon gibt es drei unterschiedliche Typen, nämlich erstens Programme, dann Funktionsbausteine und als drittes Funktionen. Hier erkläre ich euch diese POUs und zeige, welche Unterschiede es dazwischen gibt und wofür man welche POU verwendet. Wenn ich Programme erkläre, gehe ich dabei dann auch auf Tasks ein und zeige, wie Programme durch diese Tasks gestartet werden. Wenn ihr ein Standard-SPS-Projekt in TwinCatch schon erstellt habt, dann wird für euch im Projektmappenexplorer eine Projektstruktur angelegt, in der es auch einen Ordner POUs gibt. Und in diesem Ordner findet man dann ja auch schon ein Programm mit dem Namen Main. Wenn man seinem Programm weitere Programmorganisationseinheiten hinzufügen möchte, macht es durchaus Sinn, in dieser Struktur zu bleiben und diese in den Ordner POUs hinzuzufügen. Wenn ihr umfangreichere Software schreibt, lohnt es sich auch, weitere Unterordner zu erstellen, um eine noch klarere und nachvollziehbare Struktur zu erreichen. Dazu klickt ihr einfach mit Rechtsklick auf den Ordner POUs, wählt dann Hinzufügen, Neuer Ordner. Das habe ich hier einmal gemacht und den Ordner MyUtil genannt. So, das Hinzufügen neuer Programmorganisationseinheiten funktioniert fast genauso einfach wie hier bei diesem Ordner. Und dazu klickt ihr wieder mit Rechtsklick auf den Ordner POUs oder gegebenenfalls den jeweiligen Unterordner, in dem ihr ein Programm, eine Funktion oder einen Funktionsbaustein erstellen wollt, und wählt dann wieder Hinzufügen. Jetzt aber wählt ihr hier den ersten Eintrag aus, POU. Dann öffnet sich dieses Fenster hier, in dem ihr geführt werdet beim Erstellen einer POU. Als erstes werdet ihr hier nach einem Namen für die POU gefragt, aber das überspringe ich zunächst mal. Interessanter ist erstmal die Auswahl des Typs. Und da gibt es eben diese drei hier, Programm, Funktionsbaustein oder Funktion. Und damit man hier eine vernünftige Auswahl treffen kann, müssen wir erstmal klären, was diese Typen sind und welche Unterschiede es zwischen diesen Typen gibt. Schauen wir zunächst mal auf das Programm. Das Besondere dabei ist, dass man ein Programm mit einer sogenannten Task verknüpfen kann. Eine solche Task ist wie eine Uhr, die in einem bestimmten Intervall, also zum Beispiel alle 10 Millisekunden, das Programm startet. Und in einem gesamten SPS-Projekt kann es auch durchaus mehrere Tasks geben, die unterschiedliche Programme starten. Und diese Tasks können auch in unterschiedlichen Intervallen ablaufen. Hier die zweite zum Beispiel startet das Programm PRG MyNewProgram immer alle 20 Millisekunden. Das sieht im Schaubild ganz gut aus, aber wie macht man das eigentlich genau? Hier in unserem Standard-SPS-Projekt habe ich ja schon das Main-Programm. Und wenn ihr mal nach hier unten schaut, seht ihr hier eine Task-Referenz, die auf die Task mit dem Namen PLC-Task verweist. Diese Task wird mit dem TwinCat-Projekt automatisch erzeugt und das Main-Programm aus dem Standard-SPS-Projekt wird mit dieser Task automatisch verknüpft. Diese Task startet also das Main-Programm. Und um zu sehen, wie diese Task konfiguriert ist, gehe ich in den Bereich System, dann Task und dort findet man die Task PLC-Task, die ich hier mit dem Doppelklick öffne. So, hier auf der linken Seite sind dann ein paar Informationen oder Einstellungen zu der Task, unter anderem der Name und dann hat diese Task noch eine Priorität. Das ist relevant, wenn man mehrere Tasks hat. Über diese Zahl wird nämlich festgelegt, welche Task bei Konflikten bevorzugt behandelt werden soll und je kleiner diese Zahl ist, desto höher ist die Priorität. So, und dann gibt es noch die Zyklen bzw. die Zyklus-Ticks. Über die kann man die Zykluszeit der Task einstellen. Hier steht die auf 10 Millisekunden, das heißt, diese Task PLC-Task wird alle 10 Millisekunden aufgerufen und startet dann jeweils das Programm Main. So, diese Programmaufrufe werde ich gleich zählen, indem ich bei jedem Durchlauf eine Integer-Variable hochzählen lasse. Diese Zähler-Variable deklariere ich aber nicht lokal in der Main, sondern als globale Variable. Dazu klicke ich hier auf den Ordner GVL, das steht für Global Variable List und füge dann eine globale Variablenliste hinzu. So, das ist also nichts Kompliziertes. In dieser Liste hier werden nur alle global sichtbaren Variablen deklariert. Diesen Attribute-Befehl hier entferne ich hier, den brauchen wir nicht. Und dann erstelle ich hier eine Variable nMain vom Typ Int und die initialisiere ich mit 0. So, gleich brauchen wir noch eine zweite Variable, nämlich eine zweite Zähler-Variable, die ich in einem zweiten Programm hochlaufen lasse. Und die kann ich auch schon mal deklarieren und die nenne ich nMyNewProgramm. So, jetzt gehe ich zurück in das Main-Programm und lasse hier die Variable nMain hochzählen, immer wenn das Programm aufgerufen wird. Das mache ich aber nur die ersten 200 Mal. Okay, jetzt erstelle ich noch ein zweites Programm, das ich dann noch einer zweiten Task zuweisen werde. Dazu mache ich einen Rechtsklick auf POUs und wähle Hinzufügen, POU. Und in der Liste wähle ich dann ein Programm aus und das nenne ich PRG MyNewProgramm. In der Sprache wähle ich hier ST und bestätige das mit Öffnen. So, und in diesem Programm lasse ich dann die Variable nMainNewProgramm hochzählen, die wir gerade in der globalen Variablenliste deklariert haben. Und zwar unter den gleichen Bedingungen wie im Main-Programm. So, dieses Programm, was ich jetzt hier erstellt habe, ist noch keiner Task zugewiesen. Das muss ich jetzt also noch machen. Es gibt mehrere Wege, wie man eine Task erstellen kann und einen zeige ich jetzt hier. Dazu klicke ich wieder mit Rechtsklick dieses Mal auf das SPS-Projekt und wähle Hinzufügen. Und aus dieser Liste wähle ich dann eine Task-Referenz aus. Das kommt einem vielleicht erstmal komisch vor, weil wir ja zunächst eine Task brauchen, bevor wir eine Referenz darauf anlegen können. Aber die Task kann jetzt im gleichen Arbeitsschritt angelegt werden. Dazu gebe ich hier unten bei NewTask einen neuen Namen für die Task ein, also zum Beispiel Task-1, und bestätige das mit dem Button Create NewTask. Dann wähle ich Öffnen. So, jetzt seht ihr hier im Projektman im Explorer, dass erstens die Task im TwinCap-Projekt angelegt wurde und zweitens eine Referenz auf diese Task im SPS-Projekt erscheint. Um die Einstellung von dieser neuen Task zu sehen, klicke ich mit Doppelklick auf das Objekt Task 1. Und hier seht ihr jetzt links, dass die Priorität dieser Task den Wert 21 hat, also eine niedrige Priorität als die PLC-Task. Und die Zykluszeit ist per Default wieder auf 10 Millisekunden gesetzt. Das erhöhe ich jetzt auf 20 Millisekunden, indem ich die Anzahl der Zyklus-Ticks auf 20 setze. So, jetzt habe ich also eine neue Task eingerichtet und nun muss ich nur noch das Programm, mein NewProgramm, dieser Task zuweisen. Dazu ziehe ich in dieser Ordnerstruktur per Drag & Drop das Programm auf die Referenz der Task 1. Und dann erscheint auch dieses Programm unterhalb von dieser Task, wodurch ich dann sehe, dass diese Zuordnung also geklappt hat. So, jetzt starte ich die SPS und das Interessante passiert gleich hier in der globalen Variablenliste. Bevor ich also das Programm starte, haben diese beiden Zählervariablen den Wert 0. So, und jetzt starte ich das Programm und wie man sieht, werden beide Variablen hochgezählt, bis nMain den Wert 200 hat. So, und mein NewProgramm hat dann den Wert 99. Okay, was ist jetzt hier eigentlich passiert? In den beiden Programmen sollten ja die Variablen nMain und nMyNewProgramm unter den gleichen Bedingungen hochgezählt werden, nämlich dass nMain kleiner als 200 ist. Warum haben jetzt aber diese Variablen unterschiedliche Werte? Das liegt jetzt an den Tasks, die diese Programme starten. In diesem Diagramm seht ihr die Ausführung der Programme Main und MyNewProgramm über der Zeit aufgetragen. Die Ausführungszeit ist hier in orange dargestellt, die sollte also immer kürzer als die eigentliche Zykluszeit sein, grau sind dann also die freien Bereiche, da läuft die SPS zwar, führt aber kein Programmcode aus. Die PLC-Task startet das Main-Programm also alle 10 Millisekunden und die Task 1 startet MyNewProgramm immer alle 20 Millisekunden. Das heißt, MyNewProgramm wird nur halb so oft ausgeführt wie Main. Und dass am Ende der Zähler in Main 200 und der in MyNewProgramm nur 99 beträgt, liegt an der Priorisierung. Die PLC-Task hat eine höhere Prio als die Task 1, also wird auch das Main-Programm immer zuerst gestartet. Und wenn dann bei 1,99 Sekunden erst das Main-Programm ausgeführt wird, wird ein Main auf 200 gesetzt. Dann wird MyNewProgramm gestartet und weil dann die Bedingung eben nicht mehr erfüllt ist, wird auch der Zähler darin nicht mehr inkrementiert. Jetzt ändere ich die Priorität von Task 1 auf 19. Damit hat also Task 1 eine höhere Prio als PLC-Task. Wenn ich jetzt das Ganze nochmal kompiliere und starte, sieht man dann, dass immer zuerst das Programm MyNewProgramm ausgeführt wird und dann erst das Main. Und so hat der Zähler in MyNewProgramm am Ende auch den Wert 100. So, jetzt habe ich ziemlich viel zu Tasks erzählt und dabei auch gezeigt, wie man ein Programm einer Task zuweisen kann. In diesem Video geht es ja eigentlich um Programmorganisationseinheiten. Und das Wichtige dazu ist jetzt also, dass man ein Programm einer Task zuweisen kann und das Programm dann also zyklisch ausgeführt wird. Das ist also das Besondere an Programmen. Ein Funktionsblock oder eine Funktion kann man keiner Task zuweisen. Ein Programm muss aber nicht zwingend durch eine Task aufgerufen werden, sondern es kann auch durch ein anderes Programm aufgerufen werden. Und dazu lösche ich jetzt hier einmal diese Task-Referenz auf Task 1. Das heißt, MyNewProgramm ist jetzt keiner Task mehr zugewiesen und bei Start der SPS wird dann also wieder nur noch das Main-Programm ausgeführt. Aus Main kann ich nun aber MyNewProgramm aufrufen. Das Ganze lasse ich jetzt starten und im Online-Modus sieht man dann, dass beide Zähler gleich hochlaufen. Ein Programm kann übrigens auch Übergabe- und Rückgabewerte haben, beziehungsweise Eingangs- und Ausgangsvariablen. Dazu erweitere ich den Deklarationsteil von MyNewProgramm nun so. Dieses nIncur ist die Eingangsvariable und nSum die Ausgangsvariable. Im Anweisungsteil addiere ich nun noch zu nSum immer den Wert von nIncrement hinzu. So, beim Programmaufruf aus dem Main-Programm müssen diese Parameter jetzt noch ergänzt werden. Dabei speichere ich den Rückgabewert von MyNewProgramm dann in der lokalen Variable nMainSum. So, jetzt lasse ich das Programm wieder laufen und das Ergebnis, das man jetzt hier in nMainSum sieht, ist die Summe der Zahlen von 1 bis 199. Okay, bisher habe ich also gezeigt, dass ein Programm durch eine Task oder durch ein anderes Programm gestartet werden kann und ein Programm kann auch Eingangs- und Ausgangsvariablen haben. Der Vollständigkeit halber will ich jetzt noch erwähnen, dass ein Programm auch aus einem Funktionsbaustein, aber nicht aus einer Funktion heraus aufgerufen werden kann. Im Anweisungsteil von meinem einfachen Beispielprogramm passiert ja fast nichts, aber hier könnten grundsätzlich auch Funktionsbausteine oder eben Funktionen aufgerufen werden. So, dann kommen wir jetzt zu den Funktionsbausteinen. Die Verwendung der Standard-Funktionsbausteine habe ich schon in einem vorherigen Video in dieser Reihe erklärt und da habe ich auch schon gezeigt, dass FBs instanziiert werden müssen, um in SPS-Programmen verwendet werden zu können. Das seht ihr hier nochmal in diesem Beispielprogramm, in dem ich zwei RS-Flipflops und einige Bool-Variablen für die Beschaltung der Ein- und Ausgänge dieser Flipflops habe. Wenn ich das Programm starte, seht ihr jetzt hier, dass ich die Flipflops unabhängig voneinander setzen und zurücksetzen kann, eben wie zwei unabhängige Komponenten. FB-RS1 und FB-RS2 sind also zwei Objekte vom Typ RS, die aber komplett unabhängig voneinander arbeiten und jeweils ihre eigenen Eingangs- und Ausgangsvariablen und vor allem auch eigene interne Variablen haben. Wenn ihr euch ein bisschen mit objektorientierter Programmierung auskennt, sind also Funktionsbausteine vergleichbar mit Klassen. Der Typ RS definiert hier allgemein das Verhalten des Funktionsbausteins. Um diesen aber verwenden zu können, muss der FB instanziiert werden und das kann eben beliebig oft passieren. So und jetzt zeige ich euch, wie man selber Funktionsbausteine erstellt und verwendet. Und das Ganze mache ich an dem Beispiel eines Blinkers mit einstellbaren Werten für die Dauer, die das Blinklicht jeweils an und aus ist. Den FB erstelle ich nun im Unterordner MyUtil und dazu klicke ich wieder mit Rechtsklick auf diesen Ordner MyUtil und wähle Hinzufügen POU. Als Typ gebe ich dann Funktionsbaustein an und den bezeichne ich mit FB Blinker. Dann wird also wieder ein Deklarationsteil für den FB angelegt, indem ihr hier die Bereiche der Eingangsvariablen, Ausgangsvariablen und internen Variablen seht. Die Eingangsvariablen sind hier die Zeitintervalle für die Dauer an und aus und CUSA die Ausgangsvariable, die also ein- und ausgeschaltet wird. Und dann brauche ich noch zwei Timer vom Typ ton und eine interne Zustandsvariable endstate vom Typ integer. Den Anweisungsteil für den Blinker seht ihr jetzt hier. Darauf gehe ich jetzt in diesem Video nicht näher ein, aber wenn ihr diesen Code genauer erklärt haben wollt, schaut doch in das Video, das ich hier oben verlinkt habe. Da findet ihr einige Erklärungen dazu. So, der FB ist damit fertig und im Main-Programm erzeuge ich mir jetzt ein Objekt von meinem Typ FB Blink und rufe dann diesen Funktionsbaustein mit unterschiedlichen Zeiten für die Intervalle an und aus des Blinkers auf. So, ich lasse das Programm jetzt starten und dann seht ihr, dass der Blinker hier nur kurz an ist und etwas länger ausbleibt. Okay, an diesem einfachen Beispiel sieht man eine wesentliche Eigenschaft von Funktionsbausteinen, nämlich können diese interne Variablen haben, deren Werte erhalten bleiben, auch wenn der FB immer wieder durch das Programm, hier also unser Main-Programm, aufgerufen wird. Bildlich gesprochen hat ein Funktionsbaustein also ein Gedächtnis, was der erste wichtige Unterschied zu einer Funktion ist. Der zweite wichtige Unterschied ist, dass ein Funktionsbaustein mehrere Ausgangsvariablen haben kann. Um das noch zu zeigen, ergänze ich in dem Blinker noch eine Zählervariable, die die Blinkperioden zählt und die nenne ich einfach n vom Typ Double Integer. Das ist also auch eine Ausgangsvariable und diese Variable zähle ich jetzt immer um 1 hoch, wenn der Zustand 1 wieder verlassen wird. So, diese zweite Ausgangsvariable muss ich dann noch im Main-Programm aufnehmen. So, und wenn das Programm nun läuft, seht ihr, dass der Funktionsbaustein auch mit zwei Ausgängen funktioniert. Und natürlich kann man von dem Blinker auch mehrere Objekte instanziieren, die wieder alle unabhängig voneinander arbeiten. Hier habe ich also noch einen zweiten Blinker ergänzt, der im Takt von 500 Millisekunden das Blinken an- und ausschaltet. Und im Online-Modus wird jetzt, dass beide Blinker unabhängig voneinander laufen. So, dann komme ich jetzt noch zu den Funktionen. Die zwei wichtigsten Abgrenzungen zwischen Funktion und Funktionsbaustein habe ich ja gerade schon genannt. Im Gegensatz zu einem Funktionsbaustein kann eine Funktion nur einen Rückgabewert liefern und eine Funktion hat keinen internen Speicher, also eben kein Gedächtnis. Damit ist eine Funktion in der SPS-Programmierung also vergleichbar mit einer Funktion wie in C und ist im mathematischen Sinne eine Abbildung der Eingangswerte auf einen Ausgangswert. So, das demonstriere ich zunächst einmal an einer mathematischen Funktion. Hier berechne ich also den Sinus einer Zahl nNum und speichere das Ergebnis in nOut. Und dann kann ich das Ergebnis Soweit sollte es also erstmal kein Problem geben beim Anwenden einer Funktion. Aber wie schreibt man nun eine eigene Funktion? Das demonstriere ich nun an einem Beispiel einer Funktion, die eine übergebene Zahl abrundet und zwar auf eine Anzahl von Stellen, die ebenfalls an die Funktion übergeben wird. So, dazu füge ich im Ordner myUtil wieder eine POU hinzu und wähle dieses Mal eine Funktion aus. Der Name der Funktion soll funCut sein und der Rückgabewert ist ein Double Integer. So, in diesem Grundgerüst der Funktionen seht ihr nun einen Bereich für Input-Variablen und für interne Variablen, aber keinen Bereich für Ausgangsvariablen. Das liegt ja daran, dass es ohnehin nur eine Ausgangsvariable gibt und die hat den Namen der Funktion, wie ich das gleich noch zeigen werde. So, die Eingangsvariablen sind hier nIn und nCut und zusätzlich brauche ich noch eine Variable, die ich nSep nenne und deren Zweck sich hier aus dem Anweisungsteil erklärt. nSep hat also den Wert 10 hoch nCut, ist also 0 oder 10 oder 100 oder 1000 und so weiter und dann teile ich die Eingangsvariable nIn durch nSep und da die Eingangsvariable nIn ein ganzzahliger Datentyp ist, gibt es keinen Nachgauma-Anteil bei dieser Division. Der wird also quasi verworfen und um die Nullen dann wieder aufzufüllen, multipliziere ich nIn dann wieder mit nSep und weise das Ergebnis funCut zu und das ist dann eben die Ausgangsvariable. So, diese Funktion rufe ich nun auch nochmal in Main auf. So, und im Online-Modus seht ihr nun, dass die übergebene Zahl 12.345 zunächst mal an nOut weitergegeben wird, solange nCut den Wert 0 hat. So, und wenn ich diesen Parameter dann erhöhe, werden in nNum gemäß der Anzahl an Stellen, die ich angebe, von hinten eben Nullen aufgefüllt. Übrigens muss ich beim Funktionsaufruf hier nicht unbedingt noch die Eingabeparameter angeben. Ich hätte die Funktion also auch so aufrufen können. Okay, alles was ich euch hier gezeigt habe, fasse ich zum Schluss nochmal zusammen, sozusagen als Lessons Learned, also die Infos, die ihr mitnehmen solltet. Erstens, es gibt drei unterschiedliche Typen von Programmorganisationseinheiten, nämlich Programme, Funktionsbausteine und Funktionen. Zweitens, Programme können durch Tasks zyklisch aufgerufen werden. Programme können sich aber auch gegenseitig aufrufen oder Programme können aus Funktionsbausteinen aufgerufen werden, aber eben nicht aus Funktionen. So, und dann habe ich noch gezeigt, dass Programme auch Eingabe- und Ausgabewariablen haben. So, drittens, Funktionsbausteine sind so etwas wie Klassen in der objektorientierten Programmierung. Ein FB muss also instanziiert werden, um im Programm verwendet werden zu können. Und vor allem können auch mehrere Objekte des gleichen Funktionsbausteins instanziiert werden. Und ein FB kann mehrere Ein- und Ausgaben haben und hat ein Gedächtnis. So, und viertens, eine Funktion kann nur einen Rückgabewert liefern und hat kein Gedächtnis. Das Ausgaben ist eine Funktionsbaustein und hat mehrere Überreiche bis dahin